Wenn der Tod das Schicksal ist Kapitel 8 Am nächsten Morgen Ich werde von den ersten Sonnenstrahlen geweckt. Es muss noch sehr früh sein, denn die Sonne lucht kaum über den Horizont. Wir sind auf der Liege eingeschlafen und Walle hat sich an meine Seite geschmiegt. Meine Hand liegt auf seiner Schulter und ich streiche mit meiner freien Hand die Haarsträhnen aus meinem Gesicht, die sich dorthin verirrt haben. Da bewege ich mich anscheinend so ungünstig, sodass ich Walle auszusehen wecke. Er krümmt sich zusammen und schmiegt sich näher an mich heran. Dann schaut er ganz verschlafen zu mir nach oben. Morgen lächle ich und fasse an seine Wange. Er grinst nur und will nach oben, doch er ist noch zu schwach. Deswegen beuge ich mich leicht nach unten, um ihn zu küssen. Wir liegen noch eine Weile da und werden erst einmal richtig wach. Auf einmal ertönt ein Platschen hinter uns. Wir drehen uns zeitgleich um und Anton taucht aus dem aufgesprudelten Wasser auf. Er wischt jetzt die Haare aus dem Gesicht und wird etwas rot. Äh, Entschuldigung, ich wollte das traute Glück nicht stören. Entschuldigt er sich mit einer Handgeste und will wieder hinaus, doch ich rufe. Ist nicht schlimm, schwimm ruhig. Uns stört das nicht, wir gehen sowieso gleich rein. Er nickt nur und schmeißt sich in das kalte Nass. Der arme Junge. Flüstere ich lachend in Walles Ohr. Walle schaut mich verwirrt an. Naja, er hat uns früher geguckt und auf eine Art und Weise als Vorbild gesehen und jetzt, wo er uns endlich mal trifft, bekommt er gleich so einen Schock in Anführungsstrichen. Auch wenn er in dieser Hinsicht sehr tolerant ist. Walle muss lachen und greift nach meiner Hand. Ach komm, lass uns reingehen. Fordere ich auf. Wir packen die Kissen und die Decke und gehen hinein. In der Tür dreht sich Walle nochmal um. Was ist eigentlich mit dem ganzen Rosenkerzengedöns? Müssen wir das nicht nach eigentlich weg machen? Ich schaue ihn mit hochgezogener Augenbraue an und sage, eigentlich schon, aber lass Anton sich doch erstmal vergnügen. Und dann sehen wir weiter. Okay, grinst er und zieht mich dem Flur entlang zu unserem Zimmer. Eine Woche später. Walle und ich sitzen ohne ein Wort zu sagen im Auto. Er fährt mich gerade zum Flughafen, weil meine Zeit in L.A. ist vorbei. Die anderen habe ich bereits verabschiedet und nun ist auch bald Walle dran. Ich lehne den Kopf gegen die Beifahrerscheibe und bin schon leicht traurig. Eigentlich sollten wir uns freuen, dass wir uns noch ein wenig haben, aber gelingen tut uns das wohl eher weniger. Er parkt gerade und stellt das Auto aus. Wir schauen uns an und sagen kein Wort. Ich nehme ihn fest in den Arm und flüstere in sein Ohr. Ich hoffe, du kommst bald wieder zu mir nach Deutschland. Vermisse dich jetzt schon. Ich schließe die Augen, nachdem er mir einen Kuss auf die Stirn gegeben hat. Dann öffne ich sie wieder und Walle nickt fest entschlossen mit dem Kopf. Ich liebe dich, sage ich ganz sanft und er antwortet kaum hörbar. Ich dich auch. Er gibt mir einen Kuss. Ich lächle und steige aus dem Auto. Ich öffne die Hintertür und nehme meine Reisetasche hinaus. Ich winke und sage, melde mich, wenn ich angekommen bin. Habe eine schöne Zeit noch mit den Jungs und ich hoffe, ich kann dich schnell wieder in meine Arme schließen. Okay, danke und ich kann es kaum erwarten. Ich muss lächeln. Ich winke nochmal und lächle. Danach präge ich mir nochmal ganz genau sein Gesicht ein und schließe die Tür. Ich drehe mich um und gehe, ohne nochmal mich umzudrehen, in Richtung Flughafengebäude. 4.8.2015 Walle kommt doch erst später, als ich gedacht habe, nach Deutschland zurück, denn er hatte noch mehr Reiseverlangen. Ich hoffe, seine Reiselust ist nun erstmal wieder für ein Weilchen gestillt. Er ist gestern Nachmittag nach Hause gekommen, aber wir haben uns noch nicht gesehen, denn ich wollte erstmal seinen Jetlag halbwegs auskurieren lassen. Doch heute Nachmittag treffen wir uns. Ich sitze schon im Auto, um ihn abzuholen. Als ich um die Ecke fahre, sehe ich schon seinen blonden Kopf. Mir huscht sofort ein Lächeln über die Lippen. Ich fahre an den Bürgersteig heran und öffne die Beifahrertür. Walle bockt sich herunter und lächelt sofort. Hey, begrüßt er mich und steigt hinein. Na, du hast ja auch Hängematten unter den Augen, hä? Begrüße ich ihn verschmitzt lächelnd. Das ist aber eine nette Begrüßung, lacht er und schubst mich leicht. Ich nehme seinen Kopf in beide Hände und hauche. Ja, schön dich wieder bei mir zu haben. Er nickt und gibt mir einen Kuss. Tut gut, ihn nach so langer Zeit wieder riechen und spüren zu können. Nachdem unsere erste Sehnsucht gestillt ist, fahren wir los. Raus aus Köln. Zu einem kleinen Wald inmitten von Feldern. Hier war ich früher oftmals alleine oder auch mit Katharina, wenn mir bzw. uns das große, graue Köln zu viel wurde. Und wir einfach mal raus mussten. Ich denke, so geht es Walle nach vier Monaten Großstadt nun auch. Ich hatte ihm nie zuvor hiervon erzählt, geschweige denn hierher mitgenommen. Er schaut gespannt nach draußen und lässt es einfach auf sich zukommen. Dann halte ich auf einem Feldweg an. Und nun? Wo sind wir und was willst du hier? fragt er mich verwundert. Komm einfach mal mit, vordere ich ihn lächelnd auf und wir steigen aus. Ich nehme die Tasche von der Rückbank, die ich mit ein paar Leckereien gefüllt hatte, mit und nehme Walle an die Hand. Wir gehen vom Feldweg durch den Wald. Das Licht bricht sanft durch die Blätter und ein leichter Wind weht durch diese. Ich hatte ganz vergessen, wie schön es hier doch war. Walle schaut auch ganz gespannt umher. Nach kurzer Zeit kommen wir bei einer kleinen Dichtung an. Ich bleibe stehen und schaue mich um. Ich war bestimmt schon zwei Jahre nicht mehr hier gewesen. Und es ist alles etwas zugewachsen. So sieht alles noch viel schöner und romantischer aus. Wie das Efeuer an den Bäumen und dem umgefallenen Baumstamm ragt. Walle schaut mich erwartungsvoll an. Ich schlage mir auf den Oberschenkel und zucke mit den Schultern. Ja, hier sind wir. Okay, antwortet er ganz still und schaut sich ganz genau um. Ich lasse ihn los und packe die Decke aus dem Rucksack, um diese auszubreiten. Dann lege ich mich darauf und Walle stößt auch dazu. Er kuschelt sich an mich und fragt, woher kennst du diesen Ort? Ich war früher schon oft hier, wenn mir alles zu viel war. Und kürze ich die ganze Geschichte ab, um die Stimmung nicht zu vermiesen. Er nickt und schließt die Augen. Das Licht fällt vereinzelnd durch die Blätter auf seine sanfte Haut. Ich streiche seine Haare aus seinem Gesicht und gebe ihm einen Kuss auf die Stirn. Er lächelt und schminkt sich noch näher an mich. Es dauert nicht lange und er atmet ganz ruhig und gleichmäßig. Schaue durch die Blätter in den Himmel und genieße den Augenblick. Auf der Rückfahrt fragte Walle, wie es denn mit Zusammenziehen aussehe. Was meine Antwort war, kann man sich glaube ich denken. Und von was für Glückshormonen ich durchflutet war. Keinen Monat später begannen wir auch, seine Sachen in meine Wohnung zu befördern. Denn meine Wohnung ist größer und hat noch einen ungenutzten Raum, der sein Arbeitszimmer werden kann. Seine Wohnung kündigen kann er zwar erst in drei Monaten. Aber zwei Wohnungen parallel laufen zu haben, ist ja kein Problem. Denn schließlich haben wir das vorher auch so gehandhabt. Seine Wohnung ist schnell leer geräumt und seine Möbel werden wir schnell los. Trotz, dass es Oktober war, als wir mit dem Umziehen begonnen haben, sind wir erst richtig Ende November, Anfang Dezember fertig.